Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich einen Aufputzerien-Schalter richtig anschließen und somit auch fachgerecht mit zwei solchen Lampen verdrahten kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Da wir jetzt gleich an einer elektrischen Anlage arbeiten, müssen wir unbedingt einmal die 5 Sicherheitsregeln einhalten, wofür aber spezielle Videos an dieser Stelle auf jeden Fall sinnvoller sind. Und wenn das Ganze dann vom Strom jetzt genommen und somit auch spannungsfrei ist, dann schauen wir uns mal noch einen vereinfachten Schaltblatt an, wie das Ganze jetzt überhaupt funktioniert. In meinem Fall kommen wir mit einer 3-artigen Zuleitung, nimm 3x1,5mm² zu unserer Verteilerdose, von daraus geht es weiter mit einer 5-artigen Leitung hier runter zu meinem Serienschalter, danach geht es mit einer 3-artigen Leitung zu meiner ersten Lampe und ebenfalls mit einer 3-artigen Leitung zu meiner zweiten Lampe. Der blaue Neutralleiter wird hier in der Verteilerdose erst einmal auf meine erste Lampe angeklemmt und genauso auf meine zweite Lampe hier oben und dasselbe Spiel haben wir auch hier mit meinem grün-galben Schutzleiter. Dann zuerst auf die erste Lampe und ebenfalls auf die zweite Lampe hier oben. Der meistbraune Außenleiter geht danach in meinen Serienschalter bei der Eingangsklemme L hinein. Von hier aus haben wir zwei Schaltmöglichkeiten und somit auch zwei Ausgangsklemmen, welche normalerweise mit so einem Pfeil gekennzeichnet sind. Die erste Ausgangsklemme, da liegt die korrespondierende Leiter in meinem Fall grau an und dann geht das Ganze auch auf meine erste Lampe hier rüber und der zweite korrespondierende Leiter, welcher bei mir schwarz ist, geht in die Verteilerdose hier rein und dann auf meine zweite Lampe hier hoch. In meinem Fall komme ich von hier links direkt mit der 3-artigen Zuleitung zu meiner Verteilerdose hin, dann geht es mit einer 3-artigen Leitung hier weiter zu meiner ersten Lampe, mit der 3-artigen Leitung weiter zu meiner zweiten Lampe und hier nach unten mit der 5-artigen Leitung zu meinem Serienschalter. Wichtig, ich habe das Ganze jetzt übrigens schon auf ca. 15 cm immer abgemantelt und natürlich auch 1 cm in die Verteilerdose für die entsprechende Zugentlastung stehen lassen. Das Gehäuse habe ich auch schon mit den zwei entsprechenden Schrauben fachgerecht montiert und davor natürlich auch mit einer Wasserwaage ausgerichtet. Solche Stellen für die Leitung sollten übrigens in einem maximalen Abstand von 10 cm zu meinem Gehäuse bzw. auch zur Verteilerdose stehen und meine 5-artige Leitung hier habe ich jetzt von dem Gehäuseeingang noch ca. 10 cm länger gelassen. Und jetzt muss ich mal schauen, dass ich das Ganze noch abmantel und natürlich auch wieder 1 cm hier in das Gehäuse überstehen lasse. Wenn wir das haben, entnehme ich meine entsprechende Kabeldurchführung. Bei mir ist jetzt auch schon ein Loch drinnen, wenn nicht, muss ich hier natürlich noch nachträglich eins reinmachen und dann kann ich nämlich das Ganze auch schon hier unten einmal auf meine Leitung dementsprechend draufgeben. Mit einer 5-artigen Leitung geht das immer etwas schwer und wichtig ist, man sollte es jetzt auf jeden Fall etwas höher schieben und anschließend wieder zurückziehen. Denn dadurch stirbt sich jetzt das Gummi hier oben um, es kann sich hier oben kein Stauwasser bilden und wenn wir das haben, dann kann ich diese Kabeldurchführung auch schon wieder in das Gehäuse hineingeben. Im nächsten Schritt isoliere ich alle Leiter auf genau 11 mm ab, so wie es für meinen Serienschalter, Einsatz und vor allem auch für meine Klemme am besten geeignet ist. Und danach habe ich meinen grün-gelben Schutzleiter sicherheitshalber bei meinem Modell hier unten einmal in die entsprechende Klemme hineingegeben und den blauen Neutralleiter, welchen wir jetzt auch nicht benötigen, den gebe ich auch noch so eine Klemme hier drauf und kann danach das Ganze nämlich in dem Gehäuse hier hinten schön verstauen. Als nächstes klemme ich hier unten rechts mal meinen braunen Außenleiter bei der Eingangsklemme L an, hier oben links kommt jetzt mein schwarzer korrespondierender Leiter drauf und hier oben rechts gebe ich noch den grauen korrespondierenden Leiter drauf. Grau ist also jetzt für den rechten Schalter hier gedacht und hier der schwarze für den linken Schalter. Sobald wir das haben, kann ich den Einsatz jetzt einmal schon hier hinten ordentlich drin verstauen und ich gebe mal meinen entsprechenden Aufsatz wieder hier drauf und kann dann das Ganze mit den zwei Schrauben auch schon festdrehen. Zum Schluss noch meine beiden Blenden von hier vorne mit etwas Schmackes einmal auch ordentlich einklicken und dann haben wir diesen Serienschalter nämlich auch schon richtig angeschlossen und wir schauen uns mal die Verteilerdose hier oben drüber genauer an. Zuerst einmal lege ich mir alle meine vier grün-gelben Schutzleiter mit genug Geserve hier auf der rechten Seite nebeneinander, mache danach dasselbe Spiel mit meinen blauen Neutralleitern, lege mir danach den braunen Außenleiter meiner Zuleitung und den braunen Außenleiter, welcher von dem Serienschalter hier unten kommt, zurecht, bereite mir danach meinen schwarzen korrespondierenden Leiter von dem Serienschalter und meinen braunen Außenleiter von der ersten Lampe vor und mache zum Schluss dasselbe mit dem grauen korrespondierenden Leiter von meinem Serienschalter und dem braunen Außenleiter von meiner zweiten Lampe hier drüben. Da jetzt alles vorbereitet ist, kann ich mir alle meine Leiter mal auf dieselbe Länge dementsprechend abkürzen und danach isoliere ich alle Leiter wieder auf genau 11 mm ab. Da auch das passt, kann ich die Leiter jetzt laut Schallplan bzw. so wie ich es gerade hingerichtet habe, dementsprechend auch verklemmen. Bei mir ist alles sauber verdrahtet, deswegen ich jetzt auch einmal die ganzen Klemmen noch etwas hier in meine Verteilerdose hineingebe. Anschließend kann ich auch schon meinen Deckel natürlich dementsprechend wieder aufsetzen und wenn ich jetzt Spannung auf das System draufgebe, dann prüfe ich das Ganze natürlich noch auf Funktionalität. Ich würde sagen, bei mir schaut das auf jeden Fall super aus und aus diesem Grund haben wir so einen Aufputzerienschalter jetzt auch schon fachgerecht angeschlossen. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens einen Aufputzerienschalter, verschiedene Leitungen oder auch einzelverwendeten Werkzeuge aus dem Video zulegen möchtest, dann einfach mal unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.